Die Erde spaltet sich so gut. Das gibt sicher Ärger. Hm, nicht unbedingt. Wenn ich mitsteppe, sollte das doch die Wirkung umkehren, oder? Hm, ich weiß nicht. Meinst du? Na klar. Lass es uns doch mal versuchen. Mensch, es hat geklappt. Ja, prima Teamarbeit. Vielen Dank, Dongdong. Hast du Lust, heute Abend bei mir vorbeizukommen? Ich habe nämlich was vor. Ich wollte diese Rakete steigen lassen. Hm, okay, gerne. Dann bis heute Abend. Ich seh dich dann. Bis heute Abend. Bis heute Abend. Bis heute Abend. Bis heute Abend. Bis heute Abend.